Stell dir vor, ich heirate deine Schwester. Stell dir mal vor, ich nehme deine Stimme im TikTok. Mach daraus ein Beat und nehme dich ab. Bisschen Kick, bisschen Drumbaum. Zitterst du, Mann? Leute drücken auf Like, weil die Scheiße ist frei. Stell dir mal vor, aber zitter nicht. Ich mache nichts, weil du noch ein Kind willst. Du machst so Gangster und willst. Jede Schwester machen Videos gegen dich, als hätte jeder ein Messer. Ich zitter nicht.